Diebisch bis ins Marker. Holt sechs gestohlene Hopfensäcke aus dem Gewirr zurück. Dann mal ab ins Gewirr. Und dann auch schon ein Hopfensack. Die anderen kämpfen sich hier die Rübelwund. Das soll uns mal nicht weiter stören. Zweiter Hopfensack. Und dritter Sack voll Hopfen. Hey, nicht die Spawn. Ich brauch noch mehr Hopfensäcke. Die braucht gar nicht erst so tun, als wenn ihr angreift. Die Soundeffekte sind richtig geil geworden. Man hört, dass man in der Höhle drin ist. Auch in der Gyrocopter da draußen ein kleines bisschen Nerven mit seinem Ziel. Er fährt jetzt in die Luft. Und die Splitter auf dem Kopf. Die Nerven auch bei dem Hexer. Jedes Mal im Kampf hat man so drei Nüppel da auf dem Kopf. Blizzard, entferne die. Sonst reg' ich mich nur noch mehr auf. Da, eins, zwei, drei. Weg damit. So einfach ist es. So einfach ist es. So einfach ist es. Schöner Tag. Ja.